Musik Moin Leute, wenn ich Suppe koche, dann schmecke ich das Ganze sehr gerne mit Gemüsebrühenpulver ab. Zum Beispiel bei einer gebundenen Kartoffelsuppe gibt das den ganzen so das gewisse Extra. Und ja, da gibt es ja wirklich etliche Sorten zu kaufen. Die einen sind ein bisschen natürlicher, die anderen eher nicht so. Und ja, deswegen dachte ich, könnte ich einfach mal die Gemüsebrühe selber machen. Und das sieht dann ungefähr so aus und hält sich auch eine ganze Weile. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch viel variieren, was das Gemüse betrifft, was den Salzanteil betrifft oder zum Beispiel die Kräuter, die ihr verwendet. Ja, und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Los geht's. Ich habe dafür einen Dörrautomaten, der hier ist jetzt von Severin. Wenn ihr andere Modelle zu Hause habt, weiß ich nicht, wie sich da die Zeit verändert. Ich habe es natürlich jetzt nur mit dem getestet. Wenn ihr kein solches Gerät zu Hause habt, dann funktioniert das auch im Ofen, indem ihr einfach die Tür nicht ganz schließt. Also zum Beispiel einen Topflappen oder einen Kochlöffel darin einklemmt und dann das Ganze bei ungefähr 75 Grad einfach ganz lange backt. So, für meine Brühe nehme ich jetzt 150 Gramm Zwiebeln, 170 Gramm Pilze, 200 Gramm Knollensellerie, 400 Gramm Möhren, 100 Gramm Lauch und eine kleine Hand Petersilie. Da könnt ihr aber wie gesagt auch variieren. Ihr könnt zum Beispiel ein bisschen Passinake dazu geben oder Knoblauch oder Schnittlauch, Dill, Rosmarin, alle möglichen Kräuter, die ihr gerne mögt, Liebstöckel zum Beispiel auch. Und zum Beispiel könntet ihr auch einfach Tomaten dazu geben. Das würde auch gut funktionieren. Ja, ich mache das jetzt mit diesem Gemüse. Das müsst ihr alles relativ fein schneiden. Also umso feiner ihr das schneidet, umso weniger lange dauert natürlich das Trocknen. Also die Möhren schneide ich jetzt erstmal in ganz dünne Scheiben. Dann den Sellerie, den ebenfalls in ganz dünne Scheiben. Dann den Lauch, wenn der jetzt sehr sandig sein sollte, müsst ihr den natürlich vorher einmal waschen und dann auf jeden Fall gut ausschütteln. Den könnt ihr einfach halbieren und dann in etwas breitere Streifen schneiden. Der wird nämlich nicht so lange brauchen, um zu trocknen. Die Zwiebeln könnt ihr einfach in feine Scheiben schneiden. Und dann schichtet ihr das am besten so, dass die Sachen, die am längsten brauchen, erstmal ganz unten liegen. Bei mir wären das jetzt Möhren und Sellerie. Dann kommt bei mir der Lauch, dann die Zwiebeln und ganz oben die Pilze. Die Reihenfolge ändere ich aber zwischendurch eh nochmal. Wenn die Möhren unten schon so ziemlich fertig sind, dann können die anderen Gemüse einfach ein bisschen weiter nach unten und die Möhren nach oben. Und ja, bei mir wird das jetzt wahrscheinlich so um die 8 Stunden dauern. Wie gesagt, wie lange das bei euch dauern wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass alle Gemüse wirklich so trocken sind, dass sie wirklich kaum oder gar keine Feuchtigkeit mehr im Inneren haben. Also sie dürfen nicht nur außen so ein bisschen angetrocknet sein, sondern wirklich müssen bis zum Kern durchgetrocknet sein, damit ihr nachher auch wirklich Pulver daraus bekommt und nicht eine halbe Matsche sozusagen. Die Petersilie, die gebe ich auch erst später dazu und bei anderen Kräutern würde ich euch das eigentlich auch empfehlen. Also wahrscheinlich so die letzten 2-3 Stunden werde ich die einfach auf eine Schicht dazu geben, denn ja, so lange wird die jedenfalls nicht brauchen. Na dann, bis in ca. 8 Stunden. So, das waren jetzt schon fast 9 Stunden und ja, eigentlich sollte das jetzt gut sein. Ich habe jetzt wie gesagt ein paar Mal die Ebenen ausgetauscht und immer das, was noch ein bisschen länger braucht, ganz nach unten gepackt. Und das Letzte waren jetzt die Zwiebeln und die sind jetzt mittlerweile auch schön trocken geworden. Also erstmal ausschalten. Und am besten noch mal kontrollieren, ob wirklich alles schön trocken geworden ist. Möhren, wie ihr seht, sind richtig schön hart. So, ich habe jetzt hier so einen Trockenaufsatz für meinen Omniblend und ihr könnt natürlich zu Hause das mit jedem anderen Standmixer auch machen. Ob das jetzt natürlich mit jedem genauso fein wird, kann ich natürlich nicht sagen. Und ja, mit einem Stabmixer, falls ihr nur so einen habt, dürfte es auch gehen. Aber auch da müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr Geduld haben. Und da kann es auch sein, dass da ein paar größere Brocken dann später in der Brühe drin sind. Aber ich denke mal, ja, das macht eigentlich auch nicht so viel aus. So, ich gebe jetzt das ganze trockene Gemüse erstmal in meinen Mixer. So, und ganz zum Schluss kommen noch ein bis zwei Teelöffel Salz dazu. Da könnt ihr auch, wie gesagt, mehr oder weniger nehmen, je nachdem wie ihr das möchtet. Ihr könnt es auch ganz weglassen und wenn ihr die Brühe dann später benutzt, gebt ihr einfach das Salz mal extra dazu. So, und jetzt müsst ihr jetzt nur noch so lange mixen, bis ihr ein schön feines Pulver habt. Ja, und damit habt ihr euer eigenes veganes Brühpulver gemacht. Und ja, als Grundregel wäre zu sagen, lieber etwas länger warten als zu wenig. Denn es kann auch leicht passieren, dass das Gemüse im Inneren noch ein bisschen feucht ist. Und das merkt ihr dann beim Mixen auch daran, dass es erstmal nicht ganz so fein wird. Und dass sich auch immer so ein paar Klumpen bilden. Das ist mir nämlich jetzt hier auch passiert. Ich habe das Gemüse diesmal etwas kleiner geschnitten als letztes Mal. Und dachte, da kann man das auch ein bisschen früher rausnehmen. Ja, war leider nicht so. Ich hätte wahrscheinlich jetzt noch so 40 Minuten länger warten müssen. Also ich hätte es dann so wirklich auch 9,5 Stunden lassen sollen. Und dann wäre es auch richtig trocken gewesen. Das war jetzt der andere Versuch. Der ist auch viel heller und viel feiner als dieser hier. Ja, wenn euch das zu Hause auch mal passieren sollte, dann könnt ihr das jetzt auch auf eine große Fläche geben. Also auf ein Backblech mit Backpapier zum Beispiel. Und das nochmal kurz im Ofen nachtrocknen lassen. Oder einfach im Raum stehen lassen und so nachtrocknen lassen. Und dann nochmal schön mixen. Und dann wird es auch nochmal feiner. Ja, ein kleiner Wermutstropfen bei der Brühe ist natürlich, dass es sehr viel Strom kostet. Das Zeug so 9 Stunden lang trocknen zu lassen. Und deswegen könnte man das, denke ich, auch auf ein Blech geben und in der Sonne trocknen lassen. Das geht natürlich nur im Sommer dann oder zumindest an warmen Tagen. Ja, das werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ob das auch funktioniert. Und dann wäre das eigentlich die optimale Methode, seine Gemüsebrühe herzustellen. Ja, das war es auch schon. Ich hoffe, euch gefällt das Video und die vegane, selbstgemachte Brühe. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020